Darf ich in Zukunft noch Kurzstrecken fliegen? Ja, gute Frage. Die stellen ja gerade vor allem die Grünen, die ja Kurzstrecken verbieten wollen. Aber das wäre ja jeder Flug unter 1500 Kilometer, also auch jeder Urlaubsflug. Und das muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich glaube, das ist auch völlig unrealistisch, eine solche Forderung. Wir müssen eher dafür sorgen, dass Fliegen klimaneutral wird, zum Beispiel auch durch Wasserstoff, durch synthetische Kraftstoffe. Deswegen Innovation statt Verbot. Ich glaube, das ist eine solche Forderung.